Hallo Samuel Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der Mega Box aus der FIFA World Cup Katar 2022 Adrenalin XL Kollektion von Panini. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute die Mega Box aus Paninis aktueller Trading Card Kollektion zur kommenden Fußball Weltmeisterschaft anschauen wollen. In einer solchen Mega Box, und das sehen wir, wenn wir diesen Kasten mal auf die Seite drehen, sind 96 Karten enthalten, die sich auf 12 Booster Packs verteilen und dazu gibt es 4 Limited Edition Cards. Also einiges, was dann in dieser Box geboten wird, die hinten keine Preisaufdruck hat, da man das wohl dem Handel überlassen wollte, für welchen Preis er diese Box verkauft. Und bevor wir sie aufmachen, schauen wir auch nochmal auf die Unterseite, so sieht das gute Stück von unten aus. Und so von oben. Und dann wollen wir mal das Siegel brechen, damit wir auch an den Inhalt kommen. So, ihr seht, durch eine Lasche, die hier eingearbeitet ist, sind die Booster geschützt, damit das Ganze nicht durch diese große Box fliegt. Denn, wie ihr sehen könnt, braucht das, was drin ist, gar nicht so viel Platz. Also, der größte Teil in dieser Box ist dann doch Luft. Und da packen wir sie jetzt auch direkt mal zur Seite, damit wir hier auf dem Tisch genügend Platz für die ganzen tollen Karten haben, die wir jetzt hoffentlich aus unseren Boostern ziehen werden. Wir legen direkt los, denn ihr kennt die Kollektion ja inzwischen auch schon ein bisschen, da muss man dann gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Sondern wir schauen einfach, was wir für Karten aus unseren Packs ziehen. Beginnen mit den Base Cards und João Félix für Portugal. Dann haben wir Kyle Walker für England. Bruno für die Schweiz. Piontek Polen. Gadeo für Kamerun. Digital Code habe ich auch noch für euch. Bedient euch da gerne. Und dann haben wir die Special Karte mit Bukayo Saka als Game Changer aus der Gold Kategorie. Auf dieser schick Gold glänzenden Karte. Dann kommt das Wappen aus Ecuador. Also eine Karte aus der Fence Kategorie. Und dann haben wir noch eine aus der Power Kategorie mit der Gold Machine Karte von Robert Lewandowski, die ebenfalls so einen richtig schicken Effekt im Hintergrund hat. So, drei Special Karten im ersten Päckchen. Das ist ja eigentlich auch immer so die recht übliche Verteilung pro Booster. Drei Special Karten da drin zu finden. Und mit ein bisschen Glück findet man sogar derer vier in einem Päckchen. Wir beginnen mit dem nächsten. Und Marcos Llorente für Spanien als Base Karte. Dann haben wir Kim Südkorea, Hazard für Belgien, Ruiz als Contender für Costa Rica und Suleymaner für Ghana. So, und dann kommen unsere Special Karten. Die Fence Favourite Karte von Sergio Busquets für Spanien. Unser nächstes Wappen, diesmal das von Uruguay. Und erneut eine Goal Machine Karte, diesmal mit Ito für Japan. Nächstes Päckchen beginnt mit einem Contender und das ist Danny Ward für Wales. Da haben wir Martinez, Argentinien. Galindra ist für Ecuador. Yamana für Japan. Und Kasey für die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Rookie Karte von Petri aus der World Kategorie. Die nimmt man natürlich immer gerne. Dann die Fence Favourite Karte von Al Mala für Marokko. Und unsere erste Titan Karte mit Amatei für Ghana. Dann haben wir Morita von Japan im nächsten Päckchen, der hier unten leider schon eine richtig kaputte Ecke hat. Dann Riminus von Mexiko, Timo Werner für das deutsche Team. Danilo Brasilien, Amarabat Marokko. Und die Special Karten in diesem Päckchen sind Lionel Messi als Legend bzw. Legende aus der World Kategorie. Die Fence Favourite Karte von Paul Pogba aus Frankreich. Und nochmal Frankreich mit der Goal Machine Karte von Karim Benzema. Da haben wir bei den Special Karten mal richtig starke Spiele erwischt. Petri und Messi aus der World Kategorie. Da haben wir schon mal richtig gute Treffer. Mal schauen, was uns noch so erwartet. Weiter geht's mit Seferovic für die Schweiz. Dann Jonathan David Kanada. Pickford England. Robertson Schottland. Coutinho Uruguay. Und unsere Special Karten sind die Fence Favourite Karte von Casemiro für Brasilien. Nochmal Fence Favourite Giovanni Rehna für die USA. Und die Titan Karte von Kuki für Katar. Nächstes Päckchen. Brandon Aronson für die USA. Kovacic Kroatien. Daniel was in Dänemark. Ampadu für Wales. Saar für den Senegal. Special Karten. Fans Favourite Hassan von Katar. Nochmal Fence Favourite und leider erneut Paul Pogba. Und dann haben wir unsere erste Magician Karte mit Mikkel Damsgaard aus dem dänischen Nationalteam. Nächstes Pick mit Lionel Messi. Diesmal als Base Karte. Dann haben wir Gabriel Jesus für Brasilien. Chupo-Ting Kamerun. Tanaka für Japan. Phil Foden für das englische Team. Und als Special Karten. Die Contender Team Karte von Australien. Dann das Wappen von Kroatien. Und die Goal Machine Karte von Harry Kane aus dem englischen Team. Nächstes Pick mit Al-Ambri für Saudi-Arabien. Hakimi für Marokko. Kai Havertz für das deutsche Team. David Nunez für Uruguay. Alvarez Mexiko. Die Legenden Karte von Sergio Busquets für Spanien. Erneut Casemiro als Fence Favourite. Und Koulibaly für den Senegal als Titan Karte. Im nächsten Pick finden wir Al-Ghanam aus Saudi-Arabien. Dann Bushan aus der Ukraine als Contender. Kim aus Südkorea. Kani Chaka für die Schweiz. Frenkie de Jong für die Niederlande. Und als Special Karten Ochoa von Mexiko als Fence Favourite Karte. Dann das Wappen von England. Und die Titan Karte von Dejan Lovren für Kroatien. So und ich glaube wir sollten jetzt mal zwischendrin eine unserer Limited Edition Karts enthüllen. Und damit direkt Gavi als Limited Edition für Spanien. Das ist mal ein richtig toller Treffer. Aus den insgesamt 20 verschiedenen Limited Edition Karts, die man in diesen Mega Boxen finden kann. Welche das übrigens sind, könnt ihr jederzeit im Artikel zu dieser Kollektion auf der Collectors Webseite nachschlagen. Damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich euch den rechts oben in der Infobox verlinkt. So, willkommen zum nächsten Päckchen. Das mit Tom Rogic aus Australien als Contender beginnt. Und noch ein Contender mit Abbas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die ja aus dem Senegal. Joe Campbell, Costa Rica. Ein Contender-Päckchen, so wie es aussieht. Aber diesmal vier Special Karten. Und da hoffen wir natürlich auf eine Rare Karte. Beginnen aber zunächst mit der Rookie Karte von Jude Bellingham für das Team aus England. Dann haben wir die Game Changer Karte von Afif aus Katar. Da haben wir auch noch gar keine von. Ernotice Giovanni Mena als Fans Favorite für die USA. Und die Magician Karte von Al-Farai aus Saudi-Arabien. War da doch leider keine Rare Karte dabei, aber immerhin vier Special Karts. So, und wir holen mal unsere nächste Limited Edition Karte hervor. Und das ist erneut ein Spanier. Diesmal Ferran Torres. Und das sieht einfach richtig klasse aus. Dieses rote Trikot auf diesem silberspiegelnden Hintergrund. So, wir haben noch zwei Päckchen. Wenn noch eine Rare Karte kommen soll, wird es jetzt langsam Zeit. Aber wir beginnen zunächst mit Virgil van Dijk für die Niederlande. Dann haben wir Kasper Schmeichel Dänemark. Gey für den Senegal. Romelu Lukaku für Belgien. Und Tejeda für Costa Rica. Dann das Wappen von Südkorea. Die Fans Favorite Karte von Hutchinson aus Kanada. Und die Magician Karte von Lucas Pacqueta aus Brasilien. So, dann schauen wir uns die nächste Limited Edition Karte an. Und das ist Karim Benzema aus Frankreich. So, die letzte muss ich jetzt mal so leicht aus dem Bild ziehen, damit wir noch nicht zu viel verraten. Schauen wir uns zunächst das letzte Päckchen an. Und die letzte Chance auf eine Rare Karte beginnt mit Ahmed aus Katar. Benjamin Pavard Frankreich. Zambu Anguissa Kamerun. Kaicedo Ecuador und Tomiyasu Japan. Dann die Top Keeper Karte von Jan Sommer. Beim Game Changer habe ich vorhin Blödsinn erzählt. Den haben wir natürlich da oben schon liegen. Den Platz nutzen wir jetzt für den Top Keeper. Dann haben wir das Wappen von Portugal als Fans Karte. Und die letzte Karte aus der Power Kategorie. Eine Goal Machine mit Enesri aus Marokko. So, letzter Digital Code für euch. Und dann bleibt noch unsere letzte Limited Edition Karte. Und das ist Giovanni Reena für das Team der USA. Und damit sind wir durch mit dieser Mega Box, mit der ihr, wie ihr gesehen habt, richtig viele Karten auf einen Schlag bekommt. Und dazu gibt es dann noch vier von diesen schicken Limited Edition Karts. Also diese Mega Boxen, die ja noch relativ neu sind, die es erst seit ein paar Kollektionen gibt, sind, wie ich finde, schon ein klasse Produkt von Panini. Das Einzige, was mir jetzt gefehlt hat und worauf man natürlich bei zwölf Päckchen in einer solchen Box spekuliert, ist, dass man zumindest eine Wehrkarte dabei hat. Aber da die ja nur in jedem sechzehnten Pack drin sind, kann es natürlich auch so laufen wie hier. Und man findet keine. Das ist ein bisschen schade, aber dafür haben wir die Limited Edition von Gavi, die sicherlich eine der begehrtesten aus dieser Kollektion werden wird. Das tröstet dann so ein bisschen über die nicht vorhandene Wehrkarte hinweg. Ja, das waren meine Gedanken zu dieser Mega Box aus der FIFA World Cup Katar 2022 Adrenalin XL Kollektion von Panini. Alles, was ihr zu dem Produkt und den gesehenen Karten loswerden wollt, das schreibt jetzt noch unten ins Kommentarfeld. Ich bin da schon sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich nicht nur darüber, sondern natürlich auch, wenn ihr für das Video noch ein Däumchen nach oben da lasst. Also jetzt nochmal auf den Like-Button drücken, wenn ihr da bisher noch nicht dran gedacht habt. Solltet ihr schon zu den Abonnenten dieses Kanals gehören, müsst ihr euch keine Gedanken machen, das nächste Video zu verpassen. Alle anderen sollten sich jetzt schnell eins der kostenlosen Kanalabos schnappen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.